Willkommen zurück! Das ist eine neue Folge-Ballon. Ich muss euch nicht sagen, was wir tun. Wir tun dasselbe wie jeden Tag. Die haben wir abgewehrt. Au! Okay, wir haben ihn. Einmal. Autsch. Oder sind wir tot? Okay. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Versuch. Okay. Joa. Das war ein kurzer Versuch. Wie immer. Okay. Da sind wir wieder. Sieben Flaschen. Wir sind jetzt relativ schnell in die zweite gekommen. Oh, das ist der. Ja. Und tschüss. Da sind wir wieder. Zwei Heilungen. Naja, wir sind tot. Macht er halt direkt einen Neuner am Anfang. Was soll's. Sieben Heilungen. Ich weiß nicht, ob es uns so was bringt. Aber die erste lief gut. Nein, es bringt uns nichts. Achte Heilungen. Aber, naja. Muss nichts heißen. Wir werden wahrscheinlich sofort sterben. Okay. Okay. Huh. Okay. Einmal eine Heilung. Ach, der wieder. Macht definitiv mehr Schaden. Oh. Hm. Dann kommt er mich zu Tode. Aber es war ein bisschen besser. Also auch schon. Zumindest sind wir nicht direkt in den ersten 10 Sekunden gestorben. Sechs Heilungen. Was ist das denn? Okay. Er ist eigentlich relativ gut. Nein. Eigentlich kann ich den mittlerweile gar nicht so schlecht. Was soll ist das? Drei Heilungen. Okay. Gut. Gut. Okay. Zwei Heilungen. Ah, das kommt zwei Mal. Okay. Ouch. Nein. Ah, ich weiß nicht, was diese Nachdinger sind, aber das war gut. 50% in der zweiten hatten wir noch nie. Neuer Rekord, glaube ich. Abteilungen. Das ist eigentlich Best-Case-Szenario. Okay. Will ihn nicht zu nah dran lassen. Aua. Aua. Natürlich nichts getroffen. Okay, das geht in der zweiten nicht, weil er da irgendwie viel mehr Projektile schießt. Ach, Teilungen? Nein. Ach, das ist so ein Start. Komm, wir heilen uns direkt. So wenig HP will ich nicht anfangen. Okay. Wo? Den habe ich nicht kommen sehen. Ah, das ist der. Dann macht er das direkt danach. Ja, man hat noch keinen Schaden gemacht. Das war ganz gut. Ich treffe auch nicht. Und wir sind tot. Ja. Wir kommen halt nicht zum Schaden machen in der zweiten. Die erste habe ich ganz gut im Griff mittlerweile. Let's go! Sechs Heilung. Diesmal war ich nicht so gut. Und hier fängt er direkt mit einer Neune an. Oder Zehner. Oder wie viele es auch immer sind. Ja, das ist doch gemein. Okay. Ging relativ schnell jetzt die erste. Ein bisschen Glück mit den Moves. Und dafür geht die zweite auch schnell. Okay. Diesmal war die erste eine mittlere Katastrophe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich sehe kein Launt. Eventuell muss ich die zweite auch ohne Kommentieren machen. Okay. 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 Ich kriege immer Schaden, egal was ich tue. Und dann verkauke ich den einfachsten überhaupt. Ich heilen wir uns mal zwei Heilungen nur noch. Komm her, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Eine Heilung noch. Ja, das reicht nicht. Und letzte. Ich habe ihn erwischt. Nein. Nicht schnell genug ausgewichen gekriegt. Okay, wir machen noch in der Episode, mache ich mir kommentieren. Wenn wir es nicht schaffen, dann in der nächsten Runde. Das war gar nicht gut, aber, naja, ist wie süß. Oh, und zu spät. Ist mir das immer noch wieder passiert. Hm. Ah, der ist mal in weit entfernt. Vier Flaschen. Aber wenn er am Boden ist, kann ich wieder dämlich machen. Warum kommt immer ein Neuner direkt am Anfang? Es ist... Was willst du tun? Ich kann keinen Neuner blocken. Okay. In der Lande kann man Damage machen, glaube ich. Oh, okay. 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 Heilung Warum habe ich die Waffe gewechselt? Ah Und gestunlockt Mann, das Waffe wechseln Ich sollte die andere Waffe abrüsten Weil das passiert so häufig Das ist nicht mehr feierlich Ich röste die andere Waffe ab Neue Runde Neues Glück Das war zu früh Das ist unglaublich Ich sehe es nicht Ich sehe nicht, wie er anfängt Okay, mehr oder weniger Best Case Szenario Acht Flaschen Muss ich nur noch was hinkriegen in der zweiten Okay Okay Gut Das ist ein Vierer Der ist neu Nein Nein Oh Ist er schnell Okay Wir haben ihn einmal Das war nicht so schlecht Aber Halbe HP Das war halt auch nicht gut genug Übrigens Die Waffe wegzumachen Bringt einen Scheiß Dann hat man einfach leere Hände Wenn man die Waffe wechselt 16 So Mittelgut Würde ich sagen Was ist früh Und ich verkauke den Den einfachsten Drei Flaschen Oh, tot Okay Ich bin zu früh Nicht aufgepasst Ja, das war schlecht Ich komme nicht klar Mit dem Ding Oh Okay Wir haben noch alle Heilungen Nicht, dass das sonderlich viel Heißt Das war immer noch zu früh Warum komme ich dann Teilweise nicht mehr weg Ich kriege es nicht ausgewichen Hallo Kamera Das wird nichts So Aber neues Das ist eine Weile gedauert Bis ich wieder In der zweiten war Und bin sofort tot Okay Leute Wir machen so Ich werde euch Den erfolgreichen Try Einfach Hier hinten Dranschneiden Ich hoffe das ist okay Und Dann gibt es dann Die Verabschiedung Die Verabschiedung Das war's für heute. 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 Das war's für heute.